Jo, servus Leute, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Wie vielleicht schon ein paar von euch wissen, kam vor kurzem mein iPhone 6 an. Ja genau, vor drei Tagen. Und erstmal noch kurz dazu, es ist einfach der Hammer. Also, ich bin echt überzeugt, mein iPhone 6 nur iOS 8 läuft noch nicht so perfekt, es gibt immer noch ein paar Wachs. Aber auf jeden Fall ist es echt geil. Weil ich versuche jetzt auch bald mal ein Video zu machen, wie ich jetzt mal auf dem iPhone 6 glashe oder im Vergleich zum Beispiel mit dem iPhone 5. Weil es ist schon ein riesiger Unterschied von der Größe her und ist auf jeden Fall eine Umstellung. Jo, ich habe ja schon länger kein Video mehr rausgebracht, das liegt einfach daran, Schulstress ist brutal momentan. Ich habe nur noch ein paar andere Dinge am Laufen und ja, da muss ich einfach eine Menge Zeit investieren. Und ich hoffe, es ist in Ordnung für euch. Jo, dann hier, also, obwohl der Kon nur auf 4.030 ist, bekommt er schon ein ziemlich fette Devs rein. Also, das ist nicht nur ganz oben so, es ist auch hier unten. Und man gewinnt natürlich auch manchmal viel, wie hier 26, hier 18. Ich habe total verkackt, ich habe den besten Spieler der Welt gefunden, ihr glaubt es nicht. Und dann mache ich 49%. Ihr wisst nicht, wie ich mich aufgeregt habe. Auf jeden Fall, das war echt hart, weil es lief eigentlich perfekt. Und dann kam da noch eine Hexe aus der Klanburg raus und dann war ich ehrlich, das ist vorbei. Unter 49%, das war ich brutal. Auf jeden Fall, hier unten mal verloren gegen Nala. Ist ein guter Freund von mir, Fighter Boy. Vielleicht kennt der ein oder andere den aus Gnadenlos. Und von dem her ist es kein Problem. Ja, hier, auch eine Hexe in der Klanburg. Waren sogar noch falsche Klanburg-Truppen drin. Und, naja, kann passieren. Hier auch wieder Hexe in der Klanburg. Auch nur 49%. Also, wie ihr sehen könnt, auf dem er Kon läuft, ist es nicht ganz so gut. Jo, also dann würde ich mal gucken. Minus 36 gegen den Max Base. 40er Helden. Ähm, MySingapore, also nicht so ein bekannter Klan. Greift sogar noch mit Riesen an und wie ihr hier sehen könnt. Ups, sorry. Die Härte ist, es ist eigentlich nur mit Barbaren und Bogenschützen. Also, ich habe keine Ahnung, wie der Typ das hinbekommen hat, mit Barbaren und Bogenschützen zwei Sterne zu holen. Und, ja gut, der hatte dann auch noch Spells und Mauerbrecher und das ganze Zeug. Aber trotzdem ist es schon eine Riesenleistung. Von dem her, mein Respekt an dich. Und, ja. Also, da oben troppt er dann seine ganzen Riesen. Wahrscheinlich als Ersatz für, ähm, seine Golems. Riesen sind natürlich billiger. Obwohl er hat seine Helden schon auf Max und Dark Erdungstelixier wird ihn dann wahrscheinlich nicht mehr so jucken. Aber trotzdem unglaublich. Es waren ja über 120, äh, Bogenschützen Barbaren, glaube ich, insgesamt. Hatte da natürlich auch ein bisschen Glück, dass die Riesen da reingelaufen sind. Glambo-Truppen habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich glaube, da waren gar keine drin, weil ich habe ja auch nicht mehr Zeit, die ganzen Accounts wieder zu, ja, respawnen oder wie soll ich es sagen, um X-Würgen zu laden. Glambo-Truppen und es war ein knappes Ding. Aber es ist eindeutig verdient. Aber 36 Pokale ist natürlich auch wieder hart. Und, ja. Jo, ähm, noch zum iPhone 6. Wie, ähm, ja, iOS 8 kann man einfach noch nicht jailbreaken. Kann deshalb noch keine Videos so machen. Deshalb habe ich mir überlegt, ich packe mal wieder meine Kamera aus. Und versuche irgendwie ein Stativ herzustellen, weil ich habe keins, ähm, ich habe mein Unboxing noch gefilmt. Vom iPhone 6, ähm, ist leider schief gelaufen. Ich habe mein, ich habe es mit dem iPhone 5, ähm, aufgenommen. Lief eigentlich super. Also, ich meine, Stativ hatte ich vier Bücher. Das iPhone, äh, ja, das iPhone reingeklemmt und dann noch im richtigen Winkel reingemacht. Aber auf jeden Fall, ähm, hab ich direkt am Anfang irgendwie das iPhone rausgeworfen, wo ich es das erste Mal aufgemacht habe. Ich habe alles ein bisschen dumm gelaufen, weil ich es halt schräg halten musste, damit ihr es seht. Also im Video. Und dann ist halt rausgeflogen. Und schon mal kein guter Start, auch in der Schule. Ich habe noch keine Hülle, die sollte eigentlich schon vor zwei Tagen ankommen. Kam sie allerdings nicht. Und ich bin gerade schon richtig genervt. Weil in der Schule fällt es mir die ganze Zeit aus der Tasche, weil das iPhone 5 ist einfach ein bisschen dicker. Auch noch mit einer Hülle dazu. Weil ich passe eigentlich schon auf meine Handys auf. Versuche auch, die so lange wie möglich zu haben. Mein iPhone 4 hatte ich über vier Jahre. Und, ja. Na gut. Jo, hier endet auch schon der Fight. Zwei Sterne. Ich glaube, es ist mal eine Zeit, eine neue Base reinzustellen. Momentan ist die Death ganz oben einfach katastrophal. Du kannst kaum noch irgendwelche Fights gewinnen. 27-12. Also, wie ihr vielleicht schon noch wisst. Hier 24% eben. Bei meinem anderen Konto 8DK. Gewinne ich manchmal brutal oft hintereinander. Bekomme allerdings nie ein Schild. Ich weiß noch, vor zwei, drei Monaten war ich mal ziemlich weit oben. Habe dann erste Death 13+, zweite Death 5+, und dritte Death war ich glaube ich 4+, oder so. Und danach, ich hatte halt nie ein Schild bekommen. Und danach, vierte Death, minus 39, oder 36, was. Ich habe es sogar auf YouTube hochgeladen. Auf jeden Fall richtig ärgerlich, weil die ganzen Pokale waren wieder weg, wo man in der Verteidigung gewonnen hat. Und, ja. Also, ich habe jetzt, ähm, ja noch meinen zweiten Account. Und da werde ich dann auf jeden Fall noch mehr Videos hochladen. Eventuell mal Bogenschützen, also Barge. Ähm, Bogenschützen, Barbaren. Level 7. Eventuell auch auf dem iPhone 6. Und dann mal gucken, wie es so ausschauen wird. Gut, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Ähm, es war jetzt nicht wirklich lang und nicht wirklich informativ. Aber, ich hoffe, es ist einfach in Ordnung für euch. Und, checkt auf jeden Fall noch meinen Instagram-Channel, 28dk. Slash, Bandungsweb. Alles in der Beschreibung. Facebook, Instagram, eben Twitch, Twitter. Und, ja. Jo, hau rein! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!